Oh! Grüß euch Leute! Wir sind heute im wunderschönen Schladmingen Bikepark mit Robin unterwegs. Und wir sind jetzt gleich oben und wir nehmen hier den Kmitz heute. Und wir sind heute im Wunderschönen. Oh! 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 Robin ist ja gleich hinter uns. Oh! Oh!" Oh! 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 So weiter gehts, kurze Bosse, komm mal. So jetzt ein bisschen scrubbeln, runter, guck mal. Guck, das ist ein fetter Sprung, den können wir schon gleich bekommen. Jawoll, der Sprung, der ist so scheiße, das gehts gar nicht. So, dann machen wir einen Nose-Bunk davon an. Da ist jetzt ein kleiner Roller, der Nose-Bunk. Jawoll. Jetzt habe ich noch Transfer. Zweiter Teil. Komm mal. So muss man wieder bremsen, weil da auf einmal mal ein Crash, das langsam für ein Dribbel war. Jawoll. Der Teil ist richtig langsam so matschig und alles noch. Ach so. Oh. 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 Meiner war gut, dümmer. Ja. Ich war immer ein bisschen zu kurz. Es ist auch so, gar schick. Wenn man immer so zu kurz ist, ist es eher arg. Wir sind Goodbye! Ich bin der Mann, ich bin der Mann, ich bin der Mann. Ich bin der Mann, ich bin der Mann, ich bin der Mann. Ich bin der Mann, ich bin der Mann, ich bin der Mann. Ich bin der Mann, ich bin der Mann, ich bin der Mann. Ich bin der Mann, ich bin der Mann. Ich bin der Mann.